Hallo, mein Name ist Silke Kirchhoff, ich komme aus Meißen, bin Vize-Weltmeisterin im Bodypainting und habe heute für die Motorradmesse Leipzig ein Modell, die Barbara, auch Model of the Year, ein Bodypainting gemacht. Wir haben natürlich ein bisschen die rockige Richtung gewählt dieses Jahr mit ein bisschen Totenköpfen und dem Logo der Motorradmesse Leipzig. Also wir haben heute viereinhalb Stunden ungefähr gemalt, ganz entspannt. Ja, die Inspiration war ein bisschen die, sag ich mal, die Rocker-Richtung der Motorräder, deswegen der Totenkopf und ein Reset-Knopf, weil es ja wieder losgeht. Endlich haben wir wieder die Motorradmesse Leipzig. Haben wir gedacht, wir rocken dieses Ding und deswegen so ein bisschen in diese Richtung mit Adler und all dem, was zu so einer richtigen Rocker-Braut dazugehört. Tolle Location hier, viele, viele Leute. Lohnt sich auf alle Fälle herzukommen und vielleicht das nächste Mal dann wieder mit einem Bodypainting.